Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf einem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Und zwar habe ich jetzt hier eine wunderschöne Baumission angenommen und auch eine Asteroiden-Scan-Mission. Ich habe eigentlich nur gewartet, dass die Drohnen wieder reinkommen. Aber das kam also nebenbei mit. Das mache ich sehr schnell. Aber natürlich solltet ihr daran teilhaben. Wolltet das nicht ohne euch machen. Ich habe jetzt meinen Frachter schon weggeschickt, damit er quasi die Fabrik kauft, die dann hier gebaut werden soll. So. Es soll nämlich eine Photon-Impulskanon-Schmiede der Argonen werden. Ich habe genug Zeit. Ich will erstmal die Scan-Mission machen jetzt hier. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Erweiterte Satellit. Eingehende Nachricht. Erweiterte Satellit. Oh, jetzt hat es die Falte-Taste erwischt. Eingehende Nachricht. Was hast du jetzt hier alles? Mikrochips. 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 Transferiert. Quantum-Röhre. Das muss ich hier erstmal scannen. Ich vermute nämlich, wir können bald die eigenen Schiffe produzieren. Wir müssten bald alles zusammen haben. Teladianium brauche ich glaube ich noch. Stoffreime transferiert. Ich springe in Sektor. Wo soll ich jetzt hin? Eingehende Nachricht. Sprungantrieb wird geladen. Zehn Prozent. Zwanzig. Dreißig. Vierzig. Fünfzig. Eingehende Nachricht. Na komm. So, ok. Nebenbei ist Genf. Das bringt auch schönes Geld. Wo wir jetzt die ganzen Marines wieder zum Bauen beauftragt haben. Autopilot eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Asteroid. Achso, ich wollte noch gucken, was hast du denn da für Fracht? Sonnenblumen. Die wolltest du doch hier her schaffen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Warnung. Energielevel niedrig. Kristalle transferiert. Eingehende Nachricht. Was fehlt dir jetzt noch? Das ist für militärische Schiffe. Piloten mit guten Beziehungen können hier fortschrittliche militärische Technologien erfüllen. Erbaut. 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 Super. Und ich habe nochmal eins gemacht. Ich habe jetzt hier, ähm, der Station, ich will das mal ausprobieren. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Und der Vorteil ist, dass ich den dann hier in der Übersicht nicht mal sehe. Eingehende Nachricht. Dachte ich zumindest. Eingehende Nachricht. Muss ich mir gleich nochmal anschauen. So, hoherweise... Oh, Tast. Achso. Ich muss es erstmal einstellen. Okay, das ist die ausblendet. Das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Dann habe ich nicht mehr so viele Händler, die mir im Weg sind. So, jetzt muss ich aber erstmal hier... Ah, warte, wo soll ich jetzt hin? Wieder hier hoch wahrscheinlich. Ich kann es nicht... Ich kann es... 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, iniziere Sprung. So, ich muss hier wieder weiter scannen. Also, auf jeden Fall nochmal gucken hier. Das müsste erstmal alles sein, es wird produziert. Ich werde natürlich jetzt noch... ...ein paar mehr Sachen hinliefern. ...dass, ähm, dass das dann weitergeht. Stationseinstellungen. Fracht. Okay. Dann. Okay. Argo und Fortuny Pulskanone. Handel. Gibt es die hier nicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht vorbeifliege. Oder gegenfliege. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, iniziere Sprung. Gibt es auch keine. Vielleicht ein Herzenslicht. Erreiche System. Zwei Welten. Produktionskomplex. Mittlerer Schild. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Autopilot aktiviert. Protonen. Da gibt es eine. 12 Millionen kostet die. 20 gibt es. 8 Millionen Gewinn. Undockerlaubnis erteilt. So, okay. Ähm. Was hast denn du geladen? Gar nichts. Doch, du hast doch irgendwas geladen. Nee. Kommando akzeptiert. Dann machst du weiter. Universum-Sendler. Autopilot deaktiviert. Autopilot deaktiviert. 1,6 Millionen. 59 habe ich. Warum blinkst du? Ach, stimmt. Siliziumscheiben. Boah. Boah, so wenig da. Kristalle auch. Ach, du grünge Leute. Aber produziert noch alles. Ähm. Kein. Genau. Ach so. Ich wollte hier was ändern. Und zwar. Zeige Schiffe mit Status Heimat Basis. Nein. Genau. Jetzt ist er nämlich hier verschwunden. Das probieren wir jetzt mal mit den anderen auch aus. Das probieren wir jetzt mal mit den anderen auch aus. Das probieren wir jetzt mal mit den Schiffen. Und dann soll wohl das Geld alles auf das Stationskonto kommen. Dann soll das wohl alles direkt auf das Stationskonto kommen. Also müsste das eben mehr werden. Obwohl ich die Schiffe baue. Energizellen habe ich genug. Telatianium. Oh, ein paar Mikrochips brauche ich als nächstes. Mikrochips brauche ich. 37 Minuten ist der erste Frachter fertig. So. Da bin ich ja mal gespannt. Das habe ich wirklich noch nicht gewusst. Dass es sowas gibt. Dass sowas geht. Darauf hat mich wie gesagt jemand in den Kommentaren. Ähm. Aufmerksam gemacht. Das ist ganz nützlich. Weil dann die Schiffsliste nicht immer so voll ist. So. Das dabei belassen wir uns erstmal. Eingehende Nachricht. Okay. Handel. Ich gucke nochmal nach. Photon Impulskanonschmiede. Photon Impulskanonschmiede. Gehe zur Position. Wo waren da? Aha. Hier zwei Welten. Oh, das ist ja hier direkt bei mir. Kommando akzeptiert. Das ist ja praktisch. So. 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 Erweiterter Satellit. Transferiert. Kampfdrohne Mark 2. Transferiert. Okay, jetzt gucke ich nochmal. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Spiraten. Rasta, ach schon mal jede Menge. Rasta Öl reicht auch. Stoffreime auch. Teladianium. Energiezellen. Dann bringst du mal Energiezellen. Halt. Eingehende Nachricht. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Hm, Fracht. Jetzt kein Fehler machen. Das Ding ist nämlich teurer gewesen. Sehr schön. So. Dann kannst du hinfliegen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich jetzt noch erforschen muss. Okay, so. Was hast du denn da jetzt für Fracht? Aha. Du wolltest ja hier die komischen Sonnenblumen wegspringen, gell? Sonnenblumen. Und jetzt gucke ich nochmal kurz, was mir fehlt. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Spiraten. Teladianium. Zuerst nimmst du dir mal Energiezellen mit. Nicht da unten. Energiezellen. Kaufe zum besten Preis. Teladianium. Kommando akzeptiert. Okay, danke für die Station. Bitteschön. 70 Millionen. Und dann fliege ich. Erstmal, nachdem ich gespeichert habe. und meine Fracht überprüft habe. Nach Luhmann-Kratz springen in Sektor. Viele sind es nicht mehr. Sprungantrieb wird geladen. 10% 20 30 40 Viele Sektoren sind es nicht mehr. Da hinten will ich hin. Oh, eine Brikantine. Ah, Gott sei Dank ist die blau. Diese Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Piloten mit guten Beziehungen können hier fortschrittliche militärische Technologien erwerben. Rasteröl, Erz, jede Menge. Siliziumscheiben. Oh, das sieht schon beeindruckend aus. Äh, Siliziumscheiben habe ich auch. Kristalle Quantum Röhren. Nachdem ich Heladjanum gekauft habe, hole ich Quantum Röhren. Und Mikrochips. Und Computerkomponenten brauche ich. Ich will der Mine gar nichts tun. Ich wollte noch mal zum Händler gucken, ob wir hier jemanden befördern können oder nicht. Nein. Okay. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für die Schiffe. 31 Minuten ist der erste fertig. 46 Minuten dauert es. Bei den, ähm, Merkur Superfrachter hätte es deutlich länger gedauert. Über eine Stunde, anderthalb Stunde. Und deswegen habe ich mich für die kleineren Frachter entschieden. Wollte mal gucken, was, was der Kollege macht hier, der 64er. Aha. Da handelt schön. So soll's sein. Also in drei Welten hier passiert ja gar nichts, ne? Na gut. Die Familie Zein tut sich auch schwer. Oh, die anderen sind halt noch belegt, die anderen Sektoren. So, ein bisschen Gas geben. Entdecklich. Das wir auch irgendwann zum Ziel kommen. Die nächste Sektor ist Gewinnverwahrung, es müsste auch ein Piratensektor sein. Die nächste Sektor ist Gewinnverwahrung, es müsste auch ein Piratensektor sein. Hier oben müsste irgendwo ein Tor sein. Und da werden wir mal andocken. Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten Universum verwendet werden. Die Standardisierung der Energiespeicher ermöglicht Energiezellen. Irgendjemand kämpft hier. Ich will nämlich meine Hyperion noch ein bisschen schneller machen. So, halt. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schilder, Piloten mit guten Beziehungen. So, der ist bald fertig. Eingehende Namen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi Unternehmen ist über die gelegene Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, Lager. Fracht. Ach, du wolltest Energiezellen bringen. So, das reicht jetzt auch an Energiezellen, würde ich sagen. Und jetzt schaue ich noch mal. Ja, mal gucken. Weil wir jetzt noch ein bisschen mehr Geld haben. Kaufen sie den besten Preis. Frachtraum geschlossen. Kommando akzeptiert. Okay, so. Jetzt wollen wir mal gucken. Äh, Schiffe im Besitz. Genau, da stehen sie alle. Da werde ich noch ein paar hinzufügen. Habt ihr jetzt alles wieder eingesammelt hier? Jawohl. Ah ja, ganz wichtig. Muss ich ja hier... Und zwar Raumkrautplantage. So, und jetzt muss ich hier oben hin. Und dann kann ich wieder ein paar Schiffe rausnehmen aus der Liste. So. 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 Diese Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für Militärische Schiffe. Piloten mit guten Beziehungen können hier fortschrittliche Militärische Technologien erwerben. Quantum Orion. Und dann sammeln wir hier das mal alles mal ein. Oh, das wird immer mehr. 2500 Energiezellen, das soviel kann ich ja gar nicht transportieren. So, da übergebe ich dir gleich mal die Waren hier. Sonst wird mir das zu viel. Du kommst natürlich da unten raus. Du Held. Gut, ich würde sagen, ich mache das hier alleine. Es passiert jetzt nichts besonderes. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielen lieben Dank für die super Tipps. Bis dann. Ciao. Ciao.